Wir kommen auf Leißen Solner, wir kommen noch. Gratulation Uri, bester Deutscher, unter den besten zehn hier. Alles gut? Also es wird gut, alles wird gut, glaube ich. Ich habe mich über die Tournee stabilisiert, auch in Oberstdorf und Patenkirchen schon. Es fällt nur nicht so auf, wenn man nicht so weit fahren ist. Qualifikation war schon gut in Patenkirchen und jetzt heute, glaube ich, alle drei Sprünge, kann man sagen, vom Probedurchgang weg. So, wenn du jetzt sagst, es wird gut, was ist dann gut? Was ist dann gut? Unter den besten sechs und den besten fünf? Das muss man schauen. Gut wäre, wenn ich mehr solche Sprünge mache wie den letzten heute. Das wäre gut. Und da will ich hin und jetzt habe ich mich mal so durchgeschlängelt und kann schon einigermaßen im Feld dabei sein oder unter den 20, 15. Und wichtig ist, dass die Sprünge mehr werden und das wäre das Ziel. Und dann muss ich schauen, dann werden vielleicht noch ein paar besser sein, aber ich will einfach das bringen, was ich noch zu leisten imstande bin. Gutes Bild, der hat sich auf der Cobra, auf der Schanze durchgeschlängelt. Und Bischofshofen, die Schanze liegt dir auch? Ja, also ich mag sie gern. Es ist ein bisschen anders zu springen und ich mache einfach in dem... So ist das bei uns. Ich mache einfach da weiter. Ich versuche, mich auf die Sprünge zu konzentrieren und dann wird schon was Gutes dabei rauskommen. Okay, ich möchte nicht, dass die ohne dich abfahren. Danke, tschüss. Jawas, tschau. Und abreise. Und abreise. Das ist fast so wunderbar.